So, wieder mal ein Unboxing-Video. Yes, Freunde und First Impression. Ja, und zwar von La Taffa. Ich habe den nur aufgemacht, mehr habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und um diesen Duft geht es. Um den 1505 Watch. Aber so heißt er nicht. Sondern Antiques oder Antique. Lassen wir so. Eingeblendet. Whatever. Ja, sehr interessant. Eigentlich wollte ich nicht wieder so einen ähnlichen Duft holen wie Tom Ford Lost Sherry. So soll er riechen. Oder Sherry Smoke oder Smoke Sherry. Wie heißt die andere Version? Die habe ich nicht. Und ja, ich habe ja einige. Hier auch von Mason Hammer haben wir den Lovely Sherry. Ja, nicht schlecht gemacht. Aber jetzt hier mit auch Wildkirsche, glaube ich. Und Safran allerdings und so weiter. Bin ich gespannt. Und mich hat einfach auch die OVP gecatcht. Und ja, beziehungsweise der Flakon da drin. Natürlich nicht nur die OVP. Ja, so was machen wir jetzt. Teil mal auf. Ich bin mal gespannt. Ich kenne den, wie gesagt, nicht. Ich habe das jetzt mal wieder gemacht. Bei La Taffa ziehe ich das ja so mal durch. Sie haben ja auch ihre eigene DNA immer da drin. Das finde ich immer so positiv. Und ich finde ja auch, muss man sagen, den Vintage Radio geil. Weil mein Lieblings-Initio ist Paragon. Und der riecht ähnlich. Nur cremig. Da haben wir das. Er ist ein bisschen anders noch, aber richtig cool. Und ja, das ist 39 Euro. Und manchmal ist der ja sogar manchmal runtergesetzt. Und oh, da kommt was Nices zum Vorschein. Was soll man dazu sagen? Das muss man einfach, das muss man einfach so stehen lassen. Dass einfach die OVPs für diese Preiskategorie, und ich sage euch, der doof wird bestimmt auch einfach gut sein. Denn, wie gesagt, ich kenne ihn nicht, aber ich kann mir das vorstellen. Oh, der ist hier nicht ganz drin. Okay. Hier, es geht auch nach, ja, ist klar, Arabisch. Zu der Seite auf. Ja, sehr nice. Also, richtig cool. Also, ne, 39 Euro. Man muss ja immer das berechnen. So, und jetzt haben wir hier, mal gucken, ob alles in Ordnung ist, den Flakon. So, schaut aus. Ist das nicht geil? Das ist doch geil, oder? Wow. Also, richtig hier. Das ist geil. Und das catcht mich, ne? Also, das finde sogar ich absolut bombastisch gut. Und das ist echt, guck mal, wer macht sowas? Das ist doch richtig genial gemacht. Ich hoffe, dass er das macht. Ja, also, richtig cool. Geil. Also, das ist schon mal nice. So, jetzt kommen wir zum Duft, den ich nicht kenne, wie gesagt. Also, nicht, nee, 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 nicht gleich. Aber die Kirsche, die hier entgegenkommt, das wird nicht weggehen. Pass mal auf, Leute. Das ist noch die erste Version. Ich finde die stärker übrigens. Das ist die, ich finde die gut. Ja, Lübecker Marzipan, Marzipan mit Kirsche. Aber, Leute, den anderen wollte ich nicht testen. Aber das. Oh, das ist geil. Warte, Leute, ich habe das, ne? Die kann ich ja nicht im Kopf haben, kennen die ja noch nicht. Ich habe das hier mal. Also, diese Schwarzkirsche, die hier drin ist und der Safran in der Kopfnote sind der Zerstörer. Geil. Weihrauch, Osmantus, Balsam, Holzig und dann irgendwelche anderen. Ich habe es eingeblendet. Hardcore Sachen. Wow. Also, das ist, gut, ich kenne jetzt doch den Cherry Smoke. Smoke Cherry, Cherry Smoke, wie der heißt. Habe ich einmal gerochen, aber der, nee, da habe ich nicht Uuuuh gemacht. Nein, habe ich nicht. So. Jetzt Hauttest. Oh, leider, Alter, das ist, das ist. Vielleicht hat doch schon Series, aber ich habe, das ist lange her, ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre, anderthalb Jahre, ein halbes Jahr, sieben Monate her, wo ich den Smoke, Cherry, Cherry Smoke. Askei. Also ihr habt hier die Kirsche und dann der Safran. Safran, also Safran, man muss Safran mögen, ich mache Safran. Und was hatte ich noch gesagt? Was ist da drin? Mal ein altes Handy hier zum Gucken. Schwarzkirsche. Ist auch noch ein bisschen was anderes. Schwarzkirsche, Safran, Weihrauch, ja. Amires, Balsam, ja, Holzig. Ah, das ist absolut genial. Vielleicht sollte ich mir nun doch mal die anderen holen. alle da. Ach nee, aber das ist auch eigentlich Blödsinn. Aber gut, dadurch, dass ich den Cherry Smoke, Smoke Sherry, mein Gott, Alter, wie heißt der denn nun? Heißt der eigentlich so? Cherry Smoke, Smoke Sherry? Ich werde das noch öfters erwähnen. Skyl. Skyl. Cherry Smoke, Smoke Sherry. Jetzt kommt es gleich nochmal. So, ähnlich. Cherry Smoke, ist doch richtig. Sag das doch gleich, Mann. Aber, so, wirklich 1A. OVP geil, muss man sagen. Flakon, absolut bombastisch. Das ist eine 10. Das ist einfach eine 10. Das kriegen noch nicht mal, was weiß ich, welche Häuser hin. Ah, das ist auch kein Plünn, das ist richtig, das ist hart, das ist Metall hier, oder whatever was. Das ist absolut cool. Und denn der Duft. Gut, der ist ein bisschen, das ist jetzt nicht so ein Monster, das ist es nicht. Aber wenn ihr den nur rum habt, ich denke, der wird so, also, so wie ich ihn jetzt rieche, es gibt ja Düfte, die dann stärker werden, das gibt es tatsächlich. Ist das vielleicht so ein 7, Siage 7, könnte es ja ungefähr so, das ist kein Beast Mode, und so wie viele andere. Also, Vintage Radio ist die erste Zeit richtig stark, wie das Original, aber das Original ist noch stärker. Das ist geil. Also, ihr habt hier, wie gesagt, Safran ganz minimal, aber, nee, was heißt falsch, nochmal, ganz ruhig, Dennis, Weihrauch, Weihrauch, dann, Safran schon mehr, und eben die Kirsche, Schwarzkirsche, die richtig geil zum Vorschein kommt, vor allen Dingen beim ersten Sprüjahr, geht ein bisschen zurück, das wird dann holzig, und einfach, ja, orientalisch-arabisch, das ist geil. Also, mehr muss ich eigentlich gar nicht sagen, außer, dass der Name ein bisschen strange ist. Was heißt strange? Es ist einfach nur ein Zungenbrecher, aber wenn man das kann, ist es in Ordnung, aber sonst, also ich muss sagen, das sind 100 ml, darf man auch nicht vergessen, 100 ml, ihr bekommt eine obergeile OVP, mit noch einen Pappschuber rüber, also noch einen doppelt, und den könnt ihr da reinlegen, das ist nice, der Flakon sieht geil aus, wieder in meinen Augen, das gibt nur einige, also, ich habe mir ja geschworen, nicht alle davon zu holen, weil ich will, ich habe ja wie gesagt auch, es sind ja trotzdem wahrscheinlich auch ein bisschen nachgemacht, Nun habe ich den Sherry Smoke nicht, und deswegen finde ich das cool, weil ich habe das nicht eingesehen, dass ich so viel Geld, für erstmal kaum Halbbarkeit, Sherry Smoke, und dann übertrieben teuer, und ganz ehrlich, für 50 ml, und die Qualität, das ist hier, und ganz ehrlich, war Sherry Smoke, habe ich nicht so, habe ich nicht so, im Gedanken, im Kopf, wie diesen Duft, also das ist absolut geil, und besser als Sherry Smoke, in meinen Augen, und auch noch anders als Los Sherry, nicht so vergleicht, ich habe ja gesagt, Los Sherry ist richtig Kirsche, Kirschlikör, so Marzipan, ihr merkt das richtig, wenn ihr Marzipan reinbeißt, so riecht Sherry, so riecht Los Sherry, aber jedenfalls diese Version, ich glaube, das ist ja die ganze erste, ich finde die auch absolut besser, als das, was auf dem Markt ist aktuell, und zur Not gab es ja noch ihn hier, also das ist jetzt kein Vergleich, auch nicht von Mason Alhamma, Mason Alhamma ist komplett auf Lost Sherry, und sprühen wir auch noch mal, komplett auf Lost Sherry, die gibt es ja so und so nicht mehr, ja, aber auch nicht ganz so, ganz so tief wie das Original, aber schon sehr, sehr gut, aber das hier, ah, nee, das ist auch männlich hier, und denn die Süße, die Kirsche ist, geht ja zurück, aber bleibt immer da, habe ich auch gelesen, soll da bleiben, aber der ist elegant, das ist ein eleganter, nicht übertrieben süßer, nämlich, nämlich, aus Grundsätzen schon nicht süßer, weil Safran, von Süß ist auch nicht, das Einzige, was das ein bisschen süß macht, ist diese Schwarzkirsche, aber die Schwarzkirsche ist eben nicht ganz so süß, und ich kann nur sagen, 1A, also wenn ich jetzt, Flakon ist das eine 10, OVP sehr geil, wenn man bedenkt, dass das 40 Euro kostet, das Teil, und vielleicht irgendwann sogar mal runtergesetzt ist, auf der Latafa Seite, und ich muss sagen, der Duft jetzt, das ist natürlich, das ist der erste Gedanke, first impression, gebe ich den eine, also erstmal schon mal eine 9, ich finde das wirklich gut, ja, kann man so stehen, 9,5 sogar vielleicht, wenn man den richtig durchatmet, und diesen Back, und dieses cremige, holzige, oh, das ist gut, ja, sehr geil, also, kann ich nur ans Herz legen, werde ja auch wahrscheinlich, nach dem Video, mal wieder ausverkauft sein, auf der Seite, also im Endeffekt, jedes Mal, wenn ich einen Duft, von der Seite vorstelle, sind die komplett vergriffen dort, so, ich habe davon nichts, die melden sich nicht, ist auch in Ordnung, muss auch nicht, kauft man das auch selber, geht ja auch nicht darum, ist ja auch ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint, aber es ist wirklich so, und, äh, es ist ja im Moment schon so, dass das läuft, Latafa läuft, weil Latafa, um nochmal, um da nochmal drauf einzugehen, ist einfach was anderes, als Mason Alhandra, weil die sind komplett auf Nachbau, so, weil Latafa, Eigending, vor allen Dingen aus dieser Privéline, oder Prideline hier, aus der Prideline, ist vielleicht auch, der Hintergedanke, wir machen den Duft so, nur ein bisschen anders, so, und das finde ich geil, das hat was, und dadurch ist das auch was ganz anderes, also der ist sexy, das ist sogar Date mäßig, kommt der, ey, nicht schlecht, also, ja, werde ich mal sehen, ob ich andere hole, aber, ich suche mir immer meine aus, ich sehe es nicht so, dass ich jetzt, weil, es ist natürlich, wenn die alle nebeneinander stehen würden, sieht das geil aus, aber wir wollen auch nicht übertreiben, ich zeige euch jetzt auch den, ich weiß nicht, wie die anderen sind, außer Vintage Radio, die anderen aus der Reihe kenne ich nicht, sieht alles interessant aus, aber sind auch Düfte bei, wo ich sage, vielleicht einer soll eh nicht sein, wie der One Million Elixir, wird bestimmt auch ein bisschen abgerundeter sein, habe ich das One Million Elixir, vielleicht ist das, wo ich sage, deswegen muss ich das nicht extra kaufen, ne, und sind ja auch schon inzwischen ein bisschen mehr, und dafür dann einfach so Geld ausgegeben, dass sie nur rumstehen, weil beim Benutzung grundsätzlich das Original, außer eben, ähm, den jetzt hier, weil der, weil ich habe den Cherry Smoke, ne, nicht, und, ähm, ich finde aber auch, dass der viel besser ist, der ist schon geiler, und, ähm, wie gesagt, Vintage Radio benutze ich ab und zu mal, wenn ich meinen Paragon nicht verbrauchen möchte, aber Paragon ist auch noch ein bisschen, ja, es geht hier jetzt nicht um Paragon, aber Paragon ist einfach noch ein Tick besser, klar, und von der Halbbarkeit auch noch brachialer, obwohl der ist schon stark, von Latafa, aber das Seil, der Seilbei ist viel stärker, präsenter noch bei Inicio, ja, mein Gott, ich habe vorher was getrunken, mit Kohlensäure, so, Leute, schau mal, und da kennt ihr den schon, bombastisch gut, bombastisch gut, wow, absolut nice, das ist immer geil, so ein bisschen, man muss hier nicht perfekt drehen, das ist eben First Impression, das ist der erste Eindruck, und, äh, das ist schon geil, also, ach, der erste Sprühe aus, auch haben wir, und wie gesagt, der Flakon, absolut der Hingucker, absolut nice, so, ich habe da einige da, die so ausgestandt sind, habe ich ja noch zwei, den grünen, ich weiß nicht, wie der heißt, den grünen noch, und, äh, ich habe noch einen, der, ja, mit so einer Pfeife, glaube ich, soll das sein, weiß ich gar nicht, einen schwarzen, mit Gold, in Gold Version, der so wie der Rosendo Montejo, Nummer 5, riecht da, Floral Amber, der ist aber auch ein bisschen maskuliner, also, das ist schon geil, und den bekommt ihr in so einer Glas, so einem Plastikglas, oh, Mann, Alter, wenn man sich überlegt, was das kostet, keine Ahnung, da müsst ihr bei anderen massenweise ausgeben, wie gesagt, ich bin Nischen-Fan, aber das kann man einfach nicht schlecht reden, selbst die OVP, die noch über dieser OVP ist, ist wirklich qualitativ gut, das darf man nicht vergessen, so Leute, das war's, das war's, schreibt mal unter, wie gesagt, kennt ihr den schon, und, äh, wen würdet ihr sonst noch vorschlagen, welcher geil ist, es gibt ja, wie gesagt, mit dem Motorrad, aber ich habe es ja schon gesehen, was das, ja, das hat mich jetzt am meisten interessiert, dieser Duft, und, ja, sehr, sehr nice, also ich bin raus, und dann, ja, haut rein und mach's gut. Musik 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 Vielen Dank.